Ja, die Gesperrten sind bekannt. Des Weiteren fallen aus David Kovnacki, Niklas Stark und auch Justin wird fehlen. Hat die Probleme, die er jetzt die letzten Wochen mit dabei hatte. Leider jetzt nicht rechtzeitig komplett hinter sich lassen können. Gehen davon aus, dass er nächste Woche dann wieder auf dem Platz steht mit der Mannschaft. Aber für Wolfsburg reicht es leider nicht. Klar ist es immer ärgerlich, wenn ihm dann viele Spieler fehlen. Das ist jetzt so, zum Teil durch die Verletzungen, aber eben halt auch durch die drei Sperren, die jetzt auf einmal kommen. Das sind alle Spieler, die wir natürlich gerne dabei hätten. Aber das gehört zum Fußball dazu. Es gibt genug Jungs, die auf ihren Einsatz warten, zeigen wollen, was sie drauf haben. Auch schon gezeigt haben für uns, was sie drauf haben. Und deshalb ist das eine normale Sache, die im Laufe einer Saison passiert. Und klar, du hast vielleicht weniger genaue Vorstellungen davon anhand vorheriger Spiele. Logischerweise, es gibt keins. Der Trainer war jetzt auch zuletzt in einer anderen Liga unterwegs. Deshalb auch da natürlich dann eine andere Art von Fußball, andere Mannschaft, die man nicht so gut einschätzen kann. Trotzdem gibt es natürlich viele Sachen, die man sich an Informationen ranholen kann. Das ist jetzt auch keine Situation, die man noch nie erlebt hat. Sicherlich eine geringere, oder es ist schwieriger, als wenn du jetzt die vorherigen Spiele schon alle siehst und das vielleicht noch ein bisschen genauer dir vorstellen kannst. Aber wie gesagt, bislang haben wir da sehr gut gelegen. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir die Jungs auch diesmal gut auf das einstellen, was kommt. Ansonsten steht er für ein hohes, aktives Anlaufen, gradlinige Art und Weise, im Ballbesitz, zielstrebiges Spiel. Ansonsten erlebe ich Duxi nicht großartig verändert. Er arbeitet an seinen Themen. Wenn er dran bleibt, wird er auch wieder treffen. Hat er, glaube ich, in der Vergangenheit immer gezeigt. Und Effektivität hat auch nicht immer nur was Offensives. Es gibt auch was Defensives. Er seine Aufgaben zu 100 Prozent erledigen, im Strafraum gut zu verteidigen, Wege mitzugehen. Da sind alle gefragt und im Übrigen sind auch beim Toreschießen alle gefragt. Es gibt nicht nur einen Spieler, der bei uns ein Tor schießen kann und darf, sondern es gibt eine ganze Menge mehr. Und alle dürfen gerne auch wieder torgefährlicher werden bzw. effektiver werden. Wenn Marco jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, in den nächsten 48 Stunden wird er anfangen. Marco ist unser Kapitän zum einen. Darüber hinaus aber auch im Laufe der Saison, glaube ich, immer mehr auch in dieser zentralen Rolle besser und besser geworden. Ich glaube auch speziell in der Phase vor der Verletzung. Eine super Verfassung. Jetzt muss man auch sagen, hat er gut gearbeitet. Eigentlich wirklich zum frühen Zeitpunkt ist er jetzt wieder da. War jetzt auch nicht so zu erwarten. Das ist auch dann Zeugnis dessen, wie er arbeitet. Und deshalb ist es gut, dass er wieder auf dem Platz steht und wird uns sicherlich helfen. Wenn gleich noch mal. Haben gerade beim Toreschießen darüber geredet. Defensiv ist es auch so. Da ist dann nicht ein Spieler alleine für alles verantwortlich, sondern alles, was wir machen müssen auf dem Platz, müssen wir mal als Mannschaft machen. Ich glaube, Roman ist für uns ein ganz wichtiger Spieler geworden im Laufe der letzten Jahre. Ich glaube auch jemand, der einfach mit seiner Dynamik, mit seinem Spielwitz auch für uns immer wieder Räume öffnet, immer wieder Räume öffnen kann. Im Laufe des Spiels bestimmt. Von Beginn an noch weniger. Und ja, schauen wir mal.